Hallo ihr Geisterjäger, willkommen zurück zu Phasmophobia und oh, guck mal wer da ist, endlich! Hi. Ja, ich hab jetzt aber schon ohne dich angefangen, weißt du? Danke, Flagge, sehr sympathisch, wirklich. Ja, der Superman ist wieder dabei, weil der ist immer dabei. So, die Ausrüstungsliste kannst du hier nochmal durchlesen, nicht, dass wir wieder mal was vergessen. Wir doch nicht, wir vergessen doch nichts, also wirklich. Haben wir Thermometer? Die dürfe ich, die dürfen wir nicht vergessen. Nicht nochmal hinzu, ich bin pleite. Okay, dann druck auf breit. Den Bewegungssensor haben wir, ne? Brauchen wir den, brauchen wir den gerade? Ja, tatsächlich, den brauchen wir sogar. Okay. Och, nice. Hast du das Feuerzeug hinzugefügt? Oh. You dork, go back to the chess club. Also, wir sind hier auf jeden Fall erleuchtet. Ist das Wasser dreckig oder ist das sauber? Ich bin mir grad nicht sie... Fuck! Ja, was ist das? Irgendwo hier. Alter, 5 oder ist das 4? Hier sind Minusgrade, alter! Minus 9 Grad waren hier gerade, hier sind Minus 6. Warte kurz. So. 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 Soll ich wieder gehen? Was? Soll ich wieder gehen? Was ist das? Das war irgendein Reel auf Instagram. Hat er jemand gekotzt? So ähnlich. Oh mein Gott. Ich musste mich voll zusammenreißen gerade. Jo. Ah ne, Räucherstäbchen können wir ja nicht machen. Räucherstäbchen? Wegen Gründe. Können wir das nicht vollenden. Hat der gerade die Tür zu gemacht? Lass uns. Deine Hand kam gerade durch die Wand durch. Ich hab mich leicht erschrocken. Jetzt links abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Die Tür war gerade zu. Die hat sich gerade ein leichtes... Gib uns ein Zeichen. Also ich glaube die Geisterbox ist es nicht. Bewegt dann mal die Kamera, die ganz vorne steht. Im Eingang auch mal ein bisschen Richtung Flur, dass wir das sehen können. Sieht man das? Sieht man das? Sie... Der poltert überall rum. Gleich mal den Dotzprojektor. Gleich mal den Dotz... Ja, warte mal. Der muss ja da durchlaufen. Ich platziere jetzt aber meinen Dotzprojektor direkt neben dem Bewegungssensor. Das ist eine gute Idee. Ich wollte gerade auch sagen, lol. Also mal nicht ernst. Ich wollte das echt gerade sagen. Ich habe die Power von Jesus Christus an meiner Seite. Ich schaffe das. Der ist überall aktiv im Haus. Okay, wenn er jetzt da durchläuft, wir können ihn nicht verfehlen. Ich bin hier... Ich habe auch Gefriertemperaturen, aber auch festgestellt im Flur. Es ist ganz strange irgendwie. Na, weil hier im ganzen Flur sind Gefriertemperaturen, weißt du? Das Geisterbuch hat er nicht geschrieben. Er hantet. Ah! Ah! Nein! Oh Gott! Scheiß! Du Dork! Alter! Er hat mir meinen ganzen Hinterkopf zerschellt! Fischkopf, Alter! Ja! Also vielleicht sind es die Zwillinge. Weil die so irgendwie überall und nirgends sind. Und so unglaublich aktiv. Und halt irgendwie quasi in zwei Räumen gleichzeitig. Wenn du sagst, das sind die Zwillinge, dann heb nochmal die... Dann... Dann heb nochmal die Tasse. Ja. Ja, okay. Gut. Dann lassen wir das so. Das ist wahrscheinlich falsch. Ist mir aber egal. Abstimmung! Hast du alles eingetragen? Alles klar. Okay. What? What? Was? Also ich hab gedacht... Du warst ohne. Ja gut. Ah, hohe Aktivitätsrate. What the flip? Hallo? Hi, 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 hi. Ich hör dich. Hi. Welche Map wollen wir spielen? Spielen wir Asylum? Willkommen bei Ice and Ice. Alter, ist das nebelig. Oh, das wird nice. Auch im Haus ist dieser Nebel, glaube ich. Ups. Ja, ist er. Alles ist in dichtem Nebel gehüllt. Geil. Ich meine, wer braucht... Bitte für... Für'n... Für'n... Klo? Waschbecken und ne Badewanne. So viel Platz in einem Raum. Ist so. Hier hat man easy noch ein Schlafzimmer reinknallen können. Fischkopf! Ich würd' sagen, das ist das. Ah! Oh! Oh fuck! Oh! Mann! Oh! Nimm... Hä? Nimm das Schwarzlicht! Oh, du mit deinem scheiß Schwarzlicht. Ja, nimm das doch mit! 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 Ah! Uff! Ohohohoho! Fuck! Hat er erst am Tag der Kniebörde zersprengt! Direkt neben mir! Ah! Da ist er! Foto! Alter, hantet der? Was ist denn mit dem? Da ist er! Der hantet, oder? Der hantet, oder? Der hantet, ja. Ah! Scheiße! Renn! 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 Nein! Ich save dein Schwarzlicht! Hm! Ähm! Ja! Wait! Was ist denn Unreo? Der zornige Geist! Hm! Hm! Moin, moin! Ist der gewandert? Der ist echt gewandert! Hier ist nichts mehr los! Wir haben keine Gefrierttemperaturen mehr in dem Raum! Ich glaub fast der ist oben! Warum läuft der Ventilator? Hier oben! Der ist wirklich gewandert! Der ist jetzt einfach da oben bei der Treppe beim Ventilator da! Geister-Orbs! Bam! Dann ist es ein Unreo! Ich hatte recht! Nice, Alter! We did it! Ha! Wuuh! Dosen werfen! Wuuh! Weh! Das ist jetzt kein Unreo! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Warum! Ich... Ich kapier dieses Spiel nicht! Wo war denn das? Jurei? Jurei! Wie auch immer! Was ist das für ein Beschiss? Ich meine, wie sehr sollten ein Geister auf die Geister auch reagieren, damit es angenommen wird. Das Geister sind wirklich Leute und der Sieg ist danach komplett locker. Verstehst du, was ich... Nee, ich versteh dich grad überhaupt nicht. Code-Wort-Aion. Ey, heute haben wir's mit der Technik. Ich würde sagen, mit diesen wundersamen, sehr sinnvollen Worten verabschieden wir uns für heute. Da scheinbar die Technik etwas versagt gerade. Wir sind jetzt beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich mit besserer Internetverbindung. Hoffentlich mit besserer Internetverbindung. Was? Warum höre ich mich jetzt selbst? Alter, was ist hier los? Hörst du mich wieder? Ja, ich hör dich wieder. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Phasmophobia oder bei... ja, was auch immer. Da wurden grad die Schüsse gesprengt. Okay. Willst du noch irgendwas sagen zum Abschied? Egal, was ihr tut, benutzt kein Mikrofon. Oh, 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 oh. Darüber müssen sie jetzt erstmal nachdenken. Gut, ich bin durch. Okay, gut. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.